Eine Kurzdokumentation über Ziegenbabys. Dieses Ziegenbaby ist ca. 2 Stunden alt und steht schon, wenn auch etwas wackelig, auf den eigenen Beinen. Um schnellstmöglich zu Kräften zu kommen, gehen die ersten Schritte eines Ziegenbabys immer zur Milchbar. Wenn alles gut läuft und die Ziegenmutter ihr Ziegenbaby akzeptiert, beschützt sie dieses auch vor anderen. Der Name des frischgeborenen Babys lautet Hansi. Die Babys lieben es, die Sonne zu genießen und sich darin zu entspannen. Ziegen können tiefe Freundschaften bilden, nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen Tieren, wie beispielsweise Pferden und Hunden. In dieser Dokumentation begleiten wir Hansi und seine Freunde bei ihren ersten Eindrücken auf der Wiese. Ziegen kommunizieren durch das sogenannte Meckern miteinander. Sie ist eines der saubersten Tiere und bei der Auswahl ihres Futters sehr wählerisch. So knabbeln sie gerne an Ästen und frischem Gras. Auch wenn manche Tiere schreckhaft und scheu sind, so werden sie schnell zahm und suchen den Kontakt zum Menschen. Wie auch bei den meisten anderen Babys, besteht auch der Alltag eines Ziegenbabys fast nur aus Schlafen und Fressen. Ziegen sind gesellige Tiere und entwickeln Krankheiten oder Depressionen, wenn sie von ihrer Herde getrennt werden oder alleine leben müssen. Manche sterben auch in ihrer Einsamkeit. Selbstverständlich darf ein Wachhund nicht fehlen. Ziegen sind meist friedsame Tiere. Zu einem Kampf kommt es dann, wenn eine Ziege der anderen den Rang streitig macht oder wenn neue Tiere in die Herde gebracht werden. Die Chefin der Herde ist meist eine alte, erfahrene und kräftige Ziege. Ziegen bekommen im Durchschnitt ca. zwei Kitzel pro Geburt. Die Schwangerschaft dauert in der Regel fünf Monate. Manche Ziegenmütter akzeptieren ihre Babys nicht nach der Geburt. Deshalb kommt es vor, dass man mit dem Shobby nachhelfen muss.